In diesem Video zeige ich dir die neue Contao Migrate-Funktion, welche du ab Contao 4.9 nutzen kannst. Mit dieser Kommandozeilen-Version hast du nun die Möglichkeit, Datenbank-Updates direkt in der Kommandozeile zu erledigen. Früher musstest du immer den Weg über das Install-Dool gehen, ab Contao 4.9 gibt es hierfür einen Konsolenbefehl. Du wirst dich jetzt vielleicht fragen, wieso braucht man das? Das gibt dir ganz neue Möglichkeiten, zum einen für das Contao-Team diese Funktionalitäten zu automatisieren und zum anderen für dich als Web-Admin, dass du das Ganze eben auch automatisieren kannst. So könntest du zum Beispiel Contao-Updates komplett automatisieren, ohne dass du irgendwie Hand anlegen musst. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Du siehst hier schon den Befehl. Ich kann hier unter Vendor bin Contao-Console und dann den Befehl Contao-Migrate-H, kann ich mal die ganzen Funktionen dieses Migrate-Befehls anzeigen. Und wenn ich jetzt eine Erweiterung installiere, ich habe das zum Beispiel jetzt mal beispielhaft einmal durchgeführt. In dem Fall habe ich die Easy-Sims von Terminal 42 installiert und der nächste Schritt wäre jetzt sehr beispielhaft, das Install-Tool aufzurufen. Das muss ich allerdings jetzt nicht mehr, denn ich habe jetzt diese Migrate-Funktion und diese werden wir jetzt einfach mal verwenden. Wie du siehst, wurde jetzt erkannt, dass hier etwas zu tun ist. In dem Fall wähle ich das Ganze jetzt mit Yes aus und er sagt mir, es sind auf der Datenbank Aktualisierungen vorhanden. Auch hier muss ich wieder eine Option treffen. Entweder ich möchte das ausführen oder eben ich möchte das ausführen und Löschungen auch vornehmen. Also du hast auch hier eine Schutz-Funktion, dass nicht einfach irgendetwas gelöscht wird oder du kannst das Ganze mit No bestätigen. In dem Fall wollen wir das Update durchführen. Ich lasse das laufen. Wie du siehst, es wurden sechs SQL-Queries ausgeführt und ab sofort habe ich meinen Datenbank-Update durchgeführt. Wenn du jetzt kein Konsolen-Fan bist, dann bringt dir natürlich diese Funktion nichts. Ansonsten, wenn du ein Freund von Automatisierung und Skripten bist, dann wird dir diese Funktion wirklich sehr gefallen. Die Funktion steht ab Contao 4.9 zur Verfügung und die neue Contao 4.9 Version wird aller Voraussicht nach mit Defibra in der KW8 veröffentlicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wenn du kein weiteres Video mehr von mir verpassen möchtest, dann klicke auch auf Abonnieren und am besten aktivierst du auch noch gleich die Glocke, so dass du kein Video mehr von uns verpasst.